Wenn es doch immer so einfach wäre. Man klickt ein paar Mal hier auf einen Knopf und schon steigt das Konto. Viele erhoffen sich das allerdings aktuell, denn der Markt hatte ja einen deutlichen Rücksetzer und jetzt wieder die Erholung. Und deshalb träumen manche schon wieder von neuen Allzeithochs und damit wieder deutlichen Gewinnen auch auf den Konten. Aber ist das realistisch? Wir wollen uns das Ganze mal angucken. Wie jeden Mittwochabend, so auch diese Woche um 18.30 Uhr in der BNP Paribas Born Akademie am Live-Chart, wollen wir uns die Situation mal angucken. Und das auch vor der EZB-Zinsentscheidung, die vielleicht mit der anschließenden Pressekonferenz noch mal ein bisschen Zündstoff für die Märkte bringen könnte. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall mit dabei zu sein. Deshalb schaltet unbedingt mit ein www.bornakademie.de. Ich freue mich auf euch. Und jetzt nochmal schauen, dass wir das Konto noch ein bisschen in die Höhe kriegen.